Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack, aber ein bisschen anders als gewohnt, denn es ist ein Speedrun von Craft Attack und keine normale Folge, in der wir bauen oder irgendwas machen. Die wird aber auch noch kommen, keine Sorge. Wie das Ganze abläuft, ich habe mich dazu entschieden, mal den Seed von Craft Attack zu nehmen und zu versuchen, diese ganze Web zu speedrunnen. Morgen kommt ein Video, wo ich euch zeige, wie ich die Route dafür gefunden habe. Also es ist ein Set Seed Speedrun, ich habe den immer wieder getriet und nach um die 30, 35 Tries oder sowas ist der Run hier zur Stelle gekommen, ist bisher mein bester und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ihr könnt es gerne probieren, mich zu challengen, beziehungsweise es ist eine Ansage an alle Streamer, Streamerinnen, die in Craft Attack mitgemacht haben oder noch mitmachen, das vielleicht mal zu tryen. Könnt gerne meine Route verwenden, könnt gerne eine eigene Route finden, wie ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst ein Like da. Mann, das Movement war so gut und dann haben die Blazes mich so genommen und dann haben die Hoglins mich so genommen und dann hat der Pickling mich so genommen. So unlucky, Alter. Was hast du jetzt gewartet beim Drachen, ähm, dass er percht, dass er runterfliegt, also dass er landet, praktisch. Oh no. Ne, weißt du was? Ne, Craft Attack Attack ist nicht vorbei bei mir. Ich sag, schau jetzt genau, wo ich viel Zeit verbrauche, wenn ich ehrlich bin. An 16.1 ist das, ja. Also, ich darf jetzt, ich muss jetzt folgendes machen. Ich stelle meine Workbench auf, mache den Sand kaputt und dann platziere ich mich so, dass ich alles direkt das Loch reinwerfen kann. Am besten stelle ich, nein, die Workbench kann ich nicht drüber stellen, die passt schon daneben. Dann hotkey ich das, ja, sehe ich das Gold? Hotkey ich nicht, actually. Scheiße, das wird schon funktionieren. Hm, 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 hm. Booster shit war das, oder? Das war so bad. Das war so bad. Holy shit, dude. Das war so bad. 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 Kannst du mich carry 180 WM-Monk? Nein, krieg's nicht. 190 okay, aber 180 ist der Raid sowieso jedes Mal carry. Weißt du den Seed? Der wurde am ersten Tag von Craft Attack gelegt. Oh man f***ing Gott. How does it feel? Oh man f***ing Gott. Oh man f***ing Gott. Oh man f***ing Gott. Oh man f***ing Gott. So for AMD, die du diyor. So. Meine Nase juckt Chat, kratzt meine Nase mal Am Mikrofon Meine mittlere Maus hast du noch, absoluter Troll Renden Sieht Bruder, am besten gehst du wieder in die Schule Monka Ich weiß, ob ich den Sprung nicht schaffe, obwohl ich da den Block platziere Kriegst du ... ... Stupide Hitbox, Alter. Ich weiss, ich hasse diese Wüste. Ich kann nicht mitbekommen, dass eine gespawne ist. Ich kann nicht mitbekommen, Alter. Ich kann nicht mitbekommen, Alter. Wenn der eine fehlt. Come on dude. Come on. Geht doch. Da, ja. KC-KC-KC. Komm, komm. Wollt. Alter. Uncool, Bro. Hugo, danke für den Raids. Was geht ab? Ich habe eine eigene Route gemacht. Wir haben bisher noch keinen Try geschafft, weil ich will unter 20 Minuten kommen. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Blaze ist ein bisschen geskafft, aber we did it. Fuck yes. Crafted Tech 8 Speedrun, 16 Minuten 33. Und das ist eine Einladung für jeden Streamer da draußen, egal ob du bei Crafted Tech mitspielst oder nicht. Try it. Try it. Versuch meine Zeit zu bieten. Eigene Route, meine Route, doesn't matter. Let's go. Sogar gute Zeit, 16 Minuten 33 ist insane. 15 Minuten End-In. Wenn die Blazes mich nicht verarscht hätten, okay, und ich nicht so lange aufs Hobby gewartet hätte, wäre das Easy Sub 15 gewesen. Bessere Blazespawn, Bessere Blazespawn und Bessere Bastion Trades, Easy Sub 15. Oh, ich bin so happy, dass wir das geschafft haben. Drei Tage habe ich das gebraucht. 36 Tries, but we did it in the end. Ja, und das war mein Run, meine Bestzeit bisher. Und ich würde sagen, jeder und jeder da draußen, die das gerne mal probieren möchte, ihr könnt es einfach mal schwein. Und schickt mir eure Runs, am besten auf den Discord. Und ich versuche euch dann wieder zu unterbieten.